Perversion. Perversion ist das, was als unnatürlich angesehen wird. Perversion ist eine abwertende Bezeichnung für verschiedene Formen, die von der Gesellschaft als störend empfunden werden. Perversion wird insbesondere im Hinblick auf Sexualität genommen. Man kann aber auch von Perversion der Ideale sprechen, wenn man vorher hohe Ideale hatte und nachher ins Gegenteil geht. Was als sexuelle Perversion angesehen wird, das ist in jeder Kultur unterschiedlich.